Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ich habe hier die Erzförderer bereits mal angeschlossen bei unserem Chromwerk und können wir eigentlich mal loslegen. Eine Sache möchte ich jetzt mal ein bisschen anders machen und zwar wurde ich schon ein paar Mal darauf angesprochen von Leuten, die dann so eine andere Bauweise haben als ich, so eine Kompaktbauweise ohne Fließbänder. Ja, und dann dachte ich eigentlich, eine gute Idee, kann man mal ausprobieren, wenn sich das so anbietet, wenn das eben so eine kleine Kompaktanlage ist. Und ich glaube, dieses Chromding hier ist relativ klein und kompakt. Wir haben eine Casting-Unit, wir haben zwei Feststofftrenner, wir haben hier unten einen Backenbrecher und wir brauchen noch zwei Sedimentextraktoren, damit wir hier Kalk produzieren für das. Warum hier 0,7 steht und hier 0,6, fragt mich nicht. Hat hier irgendwo noch Kalk produziert? Sieht nicht so aus, keine Ahnung. Das sind 1,5, alles klar, müsste also passen. So, das heißt, diese 10 Dinger brauchen, achso doch, wir brauchen 10 Dinger, das war ja Zufall. Ich habe nicht die 10 gebaut, wir brauchen nämlich auch keine 10. Nein, nein, hier steht zufällig, doch, hier sind rote 10. Das ist jetzt aber Zufall, weil ich habe gar nicht in dieses Rezept geguckt, in dieser Anleitung, quasi in Helmut, sondern ich habe einfach geguckt, ich baue mal hier, dass das Feld komplett abgedeckt ist, übereinander, so eine Reihe und dann eine daneben und so hat sich das halt ergeben, damit wir das jetzt so langsam nach und nach und nach abbauen können. So, der muss zwei Gebäude versorgen, meine ich. Das heißt, der kommt da mal weg. Stattdessen können wir vielleicht einen Feststofftrenner hier entsetzen. Mal gucken. So, der macht Chromizent aus Chromizent Grade 1 und die Chromizent Grade 1 kommt aus dem Backenbrecher. So, der Backenbrecher müsste dann zwangsläufig hier so hin und der macht dann Chromizent Grade 1. Jetzt haben wir natürlich noch die Steine da im Gepäck. Gut, aber muss man so ein bisschen hin und her überlegen. Ich mache erst mal so und so und so. Wie viel brauchst du? 5 Das sind 2,4 Das sind 4,8 Das reicht mir. Wir kriegen ja immer noch eine Stapelgröße und solche Sachen. Ähm Der vielleicht sollte ich noch nicht zu viel nebenbei bauen. Erstmal sehen, ob das vom Konzept überhaupt aufgeht. So, du würdest auch da hingehen. Du hast nur ein Ergebnis Produkt. Und das muss in die Casting Machine, also, oder? Genau, das muss in die Casting Machine, da muss aber auch ein anderes Zeug hin. Ähm Casting Machine Was ist das? Du bist zufällig genauso groß wie ein Backenbrecher, als ob das so gewollt wäre. Ähm Ich musste hier aber 2 davon weg haben, mindestens. Wie gesagt, ich werde mit möglichst wenig Fließbändern arbeiten hier an dieser Stelle. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wie komme ich hier unten durch. Das ist kein Problem. Okay. Ähm Das testen wir also mal so. Dass wir hier Steine abgeben. Steine Positivliste So, dann Muss das da rein. Das ist so schlecht. Von der Menge Eingreifarm reicht bestimmt. Ich sag ja auch nur kompaktbauweise. Ich hab jetzt nicht behauptet, dass das dann irgendwie platzsparender wäre oder so. Mal gucken. So, du erzeugst 1 pro Sekunde. Also da. 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 Ich sag jetzt 1,5 pro Sekunde. Ja, da müssen wir schon noch einen zweiten Arm setzen. So. Dann ein Strommast. Der kann hier das beides versorgen. Und du machst. Chrom. Da können wir noch keine heiße Luft für einsetzen. Also warte mal. Du brauchst auch noch CO2. Wird immer noch besser. Mhm. Dann. Gefällt mir das Steinband hier schon mal gar nicht. Warum will ich das überhaupt da lang packen? Achso. Weil ja eben hier noch was im Weg stand. Ja, ja. Na, na. Das kommt dann weg. Also weil ich so nicht sehen kann. Das Bandwende hätte ich es höher platziert. Aber jetzt kann ich es ja im Prinzip auch. Ähm. Hier platzieren. Sagestein. Die Idee bei so einer Combatanlage ist ja auch. Dass man die irgendwie so packen kann. Und nochmal kopieren kann. Bei meinen, ähm. Ähm. Wie nenne ich es mal. Bei meinen Bändern. Bei meinen Streifen eigentlich. Das ist ja so. Ich kann meine Streifen in der Regel erweitern. Äh. Ja. Streifen haben für mich halt den Vorteil. Das. Man. Immer eine relativ schmale Breite hat. Das heißt. Ich kann hier das zum Beispiel so ein Streifen. Und ich könnte dann links neben noch so ein Streifen setzen. Und da wieder ein Streifen und so weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass der eine Streifen dann viel, viel breiter ist als der andere. Natürlich unterscheiden die sich auch in den Breiten. Und ich kann dann eben, wenn noch Platz da ist, kann ich es nach unten oder oben halt den Streifen länger machen. Ähm. Und trotzdem kann ich es natürlich auch diese Streifen, so wie sie sind, kopieren. Wenn irgendwas so kreuz und quer gebaut ist. Wenn ich dann Sachen kopiere, dann kopiere ich ja auch noch andere Anlagen mal so mit. Das will ich ja nicht. Und hier, das geht aber auch zu kopieren. Nur hier ist dann halt. Eventuell erhöhter Platzbedarf. Das ist schwer, das müssen wir mal ausrechnen. Meine Fließbänder nehmen ja auch eine Menge Platz weg. Was jetzt tatsächlich Platz sparen sein wird am Ende. Ähm. Ich brauche hier noch Kalkstein. Genau. Da. Brauche ich. Dinge, die ich nicht sehe. Wo ist das denn? So. Und kompakt heißt ja auch, vielleicht dann auch mal ganz dicht dran. Und da in der Mitte werde ich ja nicht durchgehen, ne? So, jetzt braucht es mir 0,4 Kalkstein pro Sekunde. Und da. Und da. Und da. So, jetzt braucht er trotzdem noch gussformer Sand. Und Kohlendioxid. Und Kohlendioxid. Und Chrom muss weg. Chrom, also genau, wir reden von einem Chrom-Barren pro Sekunde. Da mache ich mir gar nicht die Mühe, das auf zwei Fließbandseiten zu verteilen, sondern würde einfach sagen, einfach hier raus. Einmal hier runter und dann da in der Nähe des Weges gehen wir, dann geben wir das Ganze weiter. Man sieht ja schon, ich habe hier einiges an Platz gelassen, zwischen diesen Anlagenkomponenten, trotzdem ist nicht genug Platz, ne? Ist klar. Aber das ist immer schwer abzuschätzen, vorher. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Chrom überhaupt hier durch muss, oder ob ich sage, ne, komm, lass mal stecken. Wir machen dann hier irgendwo, gehen wir hoch oder so. Egal. Das heißt, das erste, am Anfang ist, am Anfang erschuf Gott die Kiste, wie wir alle wissen. Da kommt das erst mal rein. Aber nicht zu viel. So, dann brauchen wir, du willst auch Kalkstein machen, zack, zack. Hier Rohre. Da. So, und dann würde ich das... Ich weiß noch nicht, mach ich das... Kohlendioxid, wo nehme ich das her? Also ich weiß, wo ich es hernehme, aber wofür ich es lang? Ich werde es auf keinen Fall hier so querfeld einmachen, also wenn dann auch eher am Rand des Weges. Und da haben wir Kohlendioxid. Da muss ich aber aufpassen, ich darf mich, oder ich möchte mich nicht hier anschließen. Weil diese hier haben Vorrang. Also müsste ich im Prinzip hier hoch, das ist blöd. Ich müsste hier nochmal runter oder hier nach links auch gehen. Wenn ich den drehe, dass das CO2 hier oben ist, rausgeht, dann da anschließe... Dann da, dann hier die Linie durch... Ja, ich habe eine Idee. Wenn wir eben umsetzen. Ich mache schon mal eben Strommasken, damit man auch ein bisschen was sieht. Ich weiß, es gibt halt Leute, die würden das gerne immer taghell sehen. Ich kann es nachvollziehen, den Wunsch. Hier geht es auch manchmal auf den Sack der Dunkelheit. Könnt ihr hier Wasseranschluss auch schon mal machen. Eine Gewässerpumpe. Dann würde ich auch hier unten lang gehen. Dass man hier oben, da kann man immer noch was anderes dann hinbauen. Vielleicht wird die Anlage nochmal verdoppeln oder so. Zum Glück haben wir hier Wasser. Ah ja, Komposting ist fertig. Das brauchen wir, glaube ich, für Fische. Als Vorlauf. Ich gucke sofort. Ich will das nicht da hinsitzen. Na gut, dann... Ja toll, das ist toll. Hier will ich von oben nach unten, das geht nicht. Hier will ich von links nach rechts, das geht nicht. Also so geht das dann. Ja, okay, das kann man machen. Haben wir so eine gerade Leitung. So. Also muss man mal gucken, dass ich nochmal ein paar Sachen nachbaue. Eins, zwei. Jetzt muss ich Kohlendioxid anliefern. Ihr seht schon, ich habe vorbereitet, habe ein bisschen Wege verlegt. So, die Idee ist jetzt folgendes. Das hier nach links zu drehen, das hier nach rechts zu drehen, das hier nach links zu drehen. Die sollen ja nur CO2 liefern, wenn die oben nicht zurechtkommen, wenn das an denen nicht reicht. Was ist das hier eigentlich? Ein deutsches Fließband, wofür? Also, wo geht es hin? Hä? Achso, Asche. Das ist hier mein Hauptascheband, alles klar. Der Strommasmus ist weg, sorry. Oh, ich habe keine Rohre entsprechen. Naja, das ist klar, wir werden gerade nachgeproduziert. Du kommst da weg. Du kommst da hin. Hier eine Verbindung. Und dann muss ich mir überlegen, dass wir, wie viel über dem Band ich jetzt hier lang gehe. Eigentlich gefällt mir das jetzt hier schon nicht mit der Kiste. Eigentlich würde ich da gerne, wo das, wo der Grafarm ist, jetzt das CO2-Rohr langlegen. Da ist das Band. Ich mache trotzdem mal hier so einen Marker hin. Das muss ja nicht genau hier langlaufen. Achso, das Blinken, sorry. Genau hier können wir Fische jetzt machen. Ich habe übrigens beim Glas noch mal was geändert. Also, es ist ein ewiges Leid. Ich habe jetzt hier oben Benzin genommen. Hier das Coke-Ofen-Gas nur für den unteren Bereich. Der Coke-Ofen hat es einfach nicht geschafft, beides zu versorgen. Das heißt, mittlerweile habe ich hier sechs verschiedene Anschlüsse von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Da runter. Das ist weg. Ich darf das Holzband nicht vergessen. Ich darf auch das Band hier nicht vergessen. So, Holz. Ich lasse sogar noch mal einen Luft, falls wir das noch mal nach rechts legen wollen. Das CO2-Rohr. Das dauert bei mir übrigens immer am längsten. Der Anlagenbau geht eigentlich relativ schnell. Also für meine Verhältnisse. Aber dann die Verrohrung und Verfließbandung. Oh, das dauert das mal nicht. Ja, 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 ja. Ich will da nicht auf dem Weg bauen. Dann kann ich jetzt mit anfangen. Warte mal, da habe ich ein bisschen Luft. Dann können wir auch so symmetrisch machen. Hat er das jetzt gemacht richtig? Ja. Irgendwie so komisch geruckelt. Ich habe übrigens schon fleißig Handgranaten benutzt. Ich glaube schon 200 Stück oder so. Für Entwaldungstätigkeiten. So, und das heißt, hier machen wir noch ein bisschen anders. So, dann kann das fertig. Ach nee, das kann ja nicht da durch. Ja, das war das Problem. Da komme ich auch nicht weiter. Ja, war vielleicht eine ganz optimale Idee. Ähm. Wo ist es doch da lang? So. 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 Die machen noch nichts, achso, weil das Fließband noch nicht zum Backbrecher geführt ist. So, jetzt brauchen wir noch einen Steinband. Dann packen wir vielleicht das Band mit Chrom und Stein auf ein Fließband und dann können wir es später splitten. Und nochmal, wo will ich das jetzt langlegen? Steine gehen eigentlich viel tiefer. Da oben kann ich nichts mit anfangen. Doch, da kann ich auch was mit anfangen. Ich kann das da einfädeln. Okay, dann würde ich sogar... Ne, warte mal, das Band ist ja schon teilweise belegt, hier mit dem Holz. Und noch ein höher. Ja, ich muss halt die Wege alle ausnutzen. Kann ich mir nicht aussuchen, wo ich lang gehe. Das heißt, das hier wird mein Chrom- und Steinband. Mal gucken, welche Seite legst du. Das ist prima, das ist eine gute Seite. Und dementsprechend gehe ich hier doch noch ein Feld weiter. So. Will ich das... Ja, ich glaube, ich würde es direkt unterirdisch legen. Da können wir gleich Eisenplatten. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, und das passt natürlich jetzt hier nicht. Und die Kiste hier macht auch keinen Sinn mehr. Ich bringe erst das Band nach rechts rüber und mach dann da die Kiste. Dann muss ich nicht mal hier hinlaufen, um Kram zu holen. So. So. So, jetzt wird es hier. So. 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 jetzt müssen wir uns hier um die steine kümmern ich muss mal überlegen wofür brauche ich jetzt kommen will ich das vielleicht vorher abfiltern oder so das ist nicht gut hier mal zutaten 50 sachen wobei ich jetzt natürlich nicht sehen kann wann kommt das kommt es erst spät im spiel früh und so weiter strommasten dafür machen wir das jetzt ganze jahre langer greif haben auch sehr wichtig also letztendlich muss zur fabrik fabrik die irgendwann mal gebaut werden wird und das heißt es muss erst mal vielleicht schon mal so hiermit zu unserem main bus der sich so langsam entwickelt ist kein richtiger main bus aber hier sind zum beispiel schon mal konzentrierte dinge und vielleicht sehe ich hier irgendwann mal ein bahnhof wenn wenn die klippen weg sind und wir landfills gebaut haben bis hier ans andere ufer ich weiß noch nicht okay das heißt aber von diesem ort würde ich einfach das krumm erstmal gerade weiter führen mal gucken wo ist wo wir dann hinkommen dann muss ich nur mit den steinen gucken steine kommen dann zwangsläufig ein höher wobei die steine dann auch noch nach auf die andere seite mit eingepflegt werden sollten ihr seht ihr linke bahn bewegt sich viel schneller als die rechte also wäre das da da dann da und dann da und dann da Input priorität links so ausgang links für steine ausgang links für steine so hier haben wir eisen kiste da haben wir kupfer kiste jetzt machen wir hier noch eine chrom kiste dazu Übergangsweise So und jetzt brauchen wir Sandcasting Sandcasting landet ja zum beispiel schonmal bei unserem eisenwerk und auf diesem band eigentlich braucht nur der Sandcasting aber mit gehangen mit gefangen mit gefangen mit gehangen so umgekehrt das ist ja läuft das hier auch noch mit so wenn ich diese bahn hier einfach verlängern würde dann lande ich da schon in der gegend dann nehme ich borax einfach mit wir werden beim chrom irgendwann auch borax brauchen oder Chrom Moltenchrom Es gibt kein Moltenchrom Ok Ok Da Chrom mit Dings Das ist vor mal Sand Ne heiße Luft Ne Wir brauchen keinen Borax da drüben Guck mal nochmal Borax sich das ist also gemacht noch das ist schon da Bräuch wird da zink würden wir es noch brauchen zink ist ja hier also würde ich das zumindest noch ein bisschen mitschleppen und ich kann es ja später noch mal rausfiltern ich steppe es jetzt erstmal mit bis auch bis zum chrom und ich muss zeug haben ich muss einen platt namen Nein, ich nehme mal bei den Todes. 3. 2. Du bist jetzt nicht. 4. 6. 3. 6. 5. 5. 6. 6. 10. 10. 12. Dann können wir erstmal noch weiterlaufen, kommen wir aber auch irgendwann weg. Und das ist wie in der Realität. Da wird gesagt, ja wir müssen hier was Neues irgendwie errichten, wir brauchen Platz. Dann muss ein Teil einer alten Anlage auch gerne mal weichen. Die E-Mail sind ausgebildet, wir brauchen diesen Strom. Ich glaube es ist noch Eisen im, ja. Kannst du haben. Und sowas hier, was ihr seht, ist mir halt auch relativ wichtig, möglichst wenig Abzweigungen in irgendwelchen Fließbahnen zu haben. Weil diese Bahn ist jetzt ja belegt. Und wenn ich das Fließband jetzt sagen wir mal nach oben legen würde, nochmal und dann nochmal nach links, dann ist auch die Bahn nach links belegt. Und die Bahn von oben nach unten ist belegt und die Bahn nach rechts ist belegt, sind also drei Bahnen belegt. Natürlich nicht auf kompletter Länge, sondern nur stückchenweise. Aber hier weiß ich, ist auf der gesamten Linie nur diese eine Bahn belegt. Und dieser Bahnwechsel, der kostet ja auch Platz dann wieder, also weil ich ja hoch und runter gehen muss, um zu einer anderen Bahn zu kommen, wenn eine Bahn dann teilweise belegt ist. Wenn eine Bahn jetzt komplett belegt ist, die ganze Strecke, weiß ich, okay, da kann ich nicht lang bauen. Wenn die nur teilweise belegt ist, dann baue ich halt das Stück, wo sie nicht belegt ist, hier. Dann da, wo sie belegt ist, baue ich dann woanders. Oder ich benutze halt beide teilweise belegten Bahnen nicht mehr. Dann habe ich aber zwei Bahnen geopfert, wo ich eigentlich nur eine hätte opfern müssen. Wo sind meine Handgranaten? Habe ich jetzt alle schon verballert? Ne, da sind sie. Ja, ich brauche mittlerweile, ich brauche noch zwei Würfe, um einen Baum zu killen. Geht halt schneller als mit der Axt, ne? So, und jetzt mal gucken. Der braucht das, in der Mitte. Und jetzt ist es aber kein Platz. Wenn der jetzt ein tiefer wäre, könnte es fließbar noch hinlegen und dann da hinbauen, dann kann der aber nicht mehr direkt den versorgen. Also würde ich das hier drauf legen, wo eigentlich ursprünglich das Chrom drauf sollte. Dass es nicht geht. Wenn ich das hinlegen, wo an zweiter Stelle eigentlich das Chrom drauf sollte. Was ist das so machen? Ja. So, dann sollte Chrom jetzt funktionieren, dann müssen wir Strommasten bauen. Mittelgroßer Strommast, Alu-Chrom-Kupferkabel in der Montagemaschine, automatisch hergestellt nach 94 Stunden, 38 Minuten, automatisierte Fertigungsanlage können wir glaube ich noch nicht bauen, da brauchen wir auch wieder Gears und Chefs und sowas, also in so einer normalen Montagemaschine vollkommen ausreichend. Oder einfach damit wir sehen, dass es auch was moderneres ist, würde ich so eine blaue mal spendieren. So, da wäre die Chromkiste, achso, Alu haben wir auch noch gar nicht, ne? ein Band gemacht, das wäre auch mal an der Zeit. Hier ist ja schon eine kleine Fabrik entstanden für Schienen, wenn ich hier auch Strommasten in die Ecke packen würde, schau mal, schau mal, dass wir hier Alu erstmal herkriegen. Das ist sehr schwierig, weil kein Platz, also müssen wir dann hier unten machen, beziehungsweise dann können wir das eigentlich über dem Stahlband machen. Oder wir nutzen das da auch und sagen, ey wir brauchen niemals ein ganzes Stahlband. Können wir glaube ich auch gar nicht produzieren. Wenn ich das hier oben noch ausfülle, wir würden produzieren, äh, 0,6 Stahl, die Sekunde sowieso nur, dann machen wir hier einfach auf dem Stahlband auch Alu mit drauf. Ich muss nur vorher, bevor ich das jetzt anschließe, eben gucken, dass wir es dann sauber halten. Hier würde Stahl hingehen, wohin? Stört es, wenn da noch Alu mit bei ist? Ah, ich weiß, es geht zum Stahlbeton. Das Fließband habe ich ohne euch gelegt. Stahlbeton war ja sonst nur eine Kiste mit Stahl, habe ich jetzt einfach mal hier hochgelegt. Wenn hier noch Alu mit ankommt, stört es keinen großen Geist. Und dann Platz gespart. Und da, beim Stahl, landet es da bei den Schienen. Wenn da Alu mit drauf kommt, stört es auch niemanden. Ah, Lötzinn übrigens. Wir hatten einen kleinen Produktionsausfall beim Lötzinn. Dieses Stück hier, über 10 Stunden, entstanden, weil... Na? Was kann es gewesen sein, wo der Errichter dieser Fabrik aus Faulheit Dinge nicht getan hat? In der Montagemaschine wird das ja gemacht und da ist dann Asche voll gewesen. Und ich hatte ja keine Asche Entsorgung gemacht, weil ich dachte, ach, tausend Asche, die immer voll sind, dann kann ich jeden per Hand rausnehmen. Naja, kann ich machen, nur mir fällt es dann halt 10 Stunden lang nicht auf. Wie ist dein Befinden? 70 Gehirn hast du noch. Gut. Irgendwann wird der irgendwo mitten auf der Strecke stehen. Und dann keine Gehirne mehr haben. Ich könnte nochmal eben gucken. Warte mal, ich hab... A destination kann ich noch sagen. Dass du dann sagst, nachdem du hier abgeliefert hast... Sag ich mal was vorbereitet. Ein Gehirnlager. Store Food. Heißt das Store Food? Also, er soll ja nicht ins Lager Food lagern, aber ich vermute mal, es heißt, er soll für sich selber Food nehmen. Hoffen wir mal. Was jetzt noch? Ja, das dauert noch bis hier leer ist. Mal sehen, packt er jetzt immer noch was wieder rein. Ja. Das ist schön, er bleibt jetzt hier stehen. Das ist wie so ein Zug. Super, ich bin begeistert. Ganz brav machst du das. Ich bin froh, dass wir dich haben. Ohne dich wäre das Spiel viel schwieriger. Jo, wir waren beim Stahl. Da soll alle nur drauf. Jetzt muss ich natürlich so eine Nord-Süd-Bahn dafür opfern. Aber hier, da würden die Eisenbahnen schon sein. Also, Fließbänder mit Eisen. Ich muss hier verzwiegen. Ähm. Aber das mal weg. Als kleines Lager für uns. Hier würde ich mir liefern. Also, ihr habt es vielleicht gesehen, ich hab irgendwann mal verdoppelt. Ich hab vier. Hier. Weil ich muss hier ab und zu mal so 10, 20.000 rausnehmen, um was zum Duralumun zu bringen. Ähm. 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 Jetzt ist der weg. Ja. Ja. Mal gucken. Jetzt soll er jetzt mal weg. Jo. 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 hatte ich nicht neulich schon im körper kabel da habe ich verkabel der den hier komplett versorgt er aber auch noch luft hat wie wir strommassen wenn wir dann brauchen einen pro minute oder so würde wahrscheinlich schon reichen übrigens habe ich hier auch keine entsorgung also weil der mit holz gefüttert wird ja das ist gut das ist sehr klug das ist richtig schön stahl war jetzt hier endet dort Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 nur mal so testen und dann bleibt es die nächsten 100 stunden hier stehen oder noch länger ja vier pro sekunde brauchen wir nicht immer das auch mal eben so so ich könnte hier noch was an die das wäre was für unser krum so So, momentan ist noch kein Chrom da, weil die Kiste das ja wegfrisst. Dann brauchen wir Kupferkabel, die ich einfach auf das Chromband mit drauflegen würde. Die Steine waren unten, aber oben, ja, Chrom ist oben, Chrom ist hier auf der Ostseite. Was eigentlich da nicht so ganz schön ist. Aber egal, wir haben da keine Wahl. Das hier ist keine wertvolle Bahn, hier nach links kommt nicht weiter. Und hier rechts, da können wir dann immer noch Bahnen legen. Oh ja, hier kommt doch Chrom durch, weil der Greifer nicht schnell genug ist. Ist das der letzte kleine Strommast, den wir setzen? Natürlich nicht, aber vielleicht ist es der letzte kleine Strommast gewesen, den wir setzen, bevor wir den ersten mittelgroßen Strommast setzen. Und danach werden wir schon nochmal kleine Euro setzen, das kann ich mir schon vorstellen. Und wir brauchen hier eine Kiste für Strommasten. Und die kann ruhig ein bisschen größer sein, würde ich sagen. Geil. Das ist geil. Ich lasse mal die untere Reihe zu. Dann können wir 2000 Strommasten hier reinpacken. Und wenn ich noch welche überhaupt, kann ich die dann hier noch reinpacken zur Not. Soll ich das noch beschleunigen? Ja. Hier auf jeden Fall beschleunigen. Das heißt, der hier wird noch ein bisschen höher gesetzt. Schaltet wirklich noch ein Kupferkabel. Dann machen wir noch mal ein bisschen was anderes. Dann werde ich das mal so machen. Der hier einen zurück. Der soll diese Bahn ruhig behalten dürfen. Aber er soll ihn hier abbiegen. Dann kannst du nämlich auch, ne nicht so, sondern so abbiegen. Und dann können wir hier zwei Greife-Ämpchen hinsetzen. Weil der für Chrom zuständig ist und für Drähte. Und dann ist zu überlegen, ob kriege ich hier noch einen zweiten Draht. Denn das ist schwierig. Das ist, ähm. Nein, es geht. Nur einfach, weil ich es kann. So. Warte mal zwei zu vier. Also brauche ich auch zwei. Ich brauche eigentlich nur einen gelben Arm, um zwei gelbe Arme zu versorgen. Ich habe aber im Prinzip anderthalb gelbe Arme, die diese beiden versorgen. Das ist okay. Wobei der links natürlich auch noch was nimmt. Ja, ich denke, sind wir produktiv gewesen diese Folge. Chrom plus mittelgroße Strommasten. Und da muss man nur gucken, was sie der nächste Folge machen. Wir erforschen gerade die Fische. Neue Erste verarbeiten. Chrom, ja, ist erledigt. Insofern kann ich das mal wegnehmen. Oder was fehlt uns noch? Ich glaube, wir haben schon alle Erze verarbeitet. Oder ich kann es mal hier bei den Meilensteinen gucken. Würden da jetzt alle Erze auftauchen? Weiß man auch nicht, ne? Hier ist der Niobium noch. Genau. Das kommt aber viel später. Lithium. Hm. Das ist 1000 Gleise. Aha. Oh, ich habe übrigens, ja. Genau. Also erstmal, ich glaube, wir haben diese Metallgeschichte komplett gemacht. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Erze verarbeitet. So. Als nächstes wären Lampen dran. Und Lampen. Das Ganze ist jetzt erstmal noch ein Provisorium, bis wir Züge haben und vernünftige Produktion Anlagen bauen können. Das heißt, auch die Lampen würde ich ähnlich bauen. Warte mal, das waren Kupferkabel, Glasplatten und... Ich gucke gerade, ob ich hier Glasplatten irgendwo sehe. Da ist Glas. Da sind Kupferkabel. Und was war das andere? Schaltkreise, also die kleinen Teile. Da sind die Schaltkreise, sondern die kleinen Teile oder Lampen. An die Kupferplatte, Eisenplatte und Kupferkabel und Glas. Okay, das geht ja. Das haben wir alles hier. Hier haben wir eins, zwei, drei Dinge direkt. Es würden nur die Eisenplatten fehlen, die ich hier sehe, schon links da. Glas wandert da rüber. Da haben wir sonst keinen Bauplatz. Wir hätten sonst hier noch Bauplatz. Da muss ich die Kupferkabel rüberbringen. Ich hätte das schon gern noch hier in der Gegend. Also machen wir noch ein so ein Gebäude. Lampen ist natürlich was, was wir kontinuierlich brauchen. Die Fische brauchen die Lampen immer wieder oder wenn die recycelt. Lampen werden nicht recycelt. Das heißt, es muss... Wir brauchen eine dauerhafte Produktion von 0,2 Lampen. Das geht aber, das ist nicht so viel. Aber 0,5... Ja doch, das geht, das geht. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt hier so sinnvoll reingequetscht bekomme. Ich versuche das einfach mal. Wobei... Da finden wir jetzt wieder Holz. Als Brennstoff. Ne, da oben habe ich Holz. Ja... Wir müssen mal eben ein bisschen was ändern. Da ist Holz. Hier sind die Kupferkabel. Landfill. Hier ist Landfill. Da war nie ein See. Fische sind fertig. Fische sind fertig. Fische Upgrade. Ja, mit den Upgrades habe ich mich noch nicht beschäftigt. Dauert mir dann glaube ich jetzt auch zu lange so ein 500er... Hier sogar ein 2000er Upgrade zu machen. Lieber erstmal Dinge, die mich direkt weiterbringen, bevor ich Dinge erforsche, die nur einfach die Effizienz steigern. So, Cotton Guts. Davor machen wir einiges anderes. Genau, Melamin brauchen wir auf jeden Fall auch für die... Für irgendwas brauchen wir das. Entweder brauchen wir das für das Futter. Von den... Von den... Von den... Diggern... Wie hießen die noch? Degosaurus. Oder wir brauchen das für... Auch Gearboxen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Batterien, genau. Wir brauchen es für Batterien. Ja. Also brauchen wir es auch für die Gearboxen letztendlich. So. 175 mittlerweile. Es steigert sich so langsam. Und das mag ich sehr gerne, wenn sich etwas stetig langsam steigert vom Aufwand her. Dass es da keine riesen Sprünge gibt. So. Jetzt wollte ich... Da hin. Ich würde gerade... Hier ist eine schöne Bahn, weil da links die Bahn schon belegt ist. Hm. Da hin. Und da hoch. Du sollst Lampen herstellen Schnapp dir mal Drähte, ich schnapp dir Kupferplatten Und ja, ich bin Dekadent, ich nehme hier einfach komplett elektrische Greifer Ich bin Verschwender geworden, seit kurzem So, hier haben wir Glasplatten, die wir brauchen Das Rohr nervt natürlich so ein bisschen Wobei, muss es gar nicht, doch, muss es, es nervt Aber es muss nicht genau da liegen Da, da läuft es nicht ganz so, glaube ich Glasplatten reden wir von Ja, das ist am meisten Das heißt, hier haben wir nur ein Ärmchen Theoretisch könnte das Ärmchen 1,2 Kupferkabel machen, das heißt, wir können 10, wir können 0,4 Lampen pro Sekunde erzeugen Was okay ist, wir brauchen nur 0,2 Also muss ich mir aber für die Geschwindigkeit Da muss ich mir keine Gedanken machen, was die andere Geschwindigkeit betrifft So, du wirst hier einfach gesplittet Nee, nicht so Achso, das kann weg So, der Mist hier Weg, 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 weg So, das hier auch noch Grafit mit ankommt, stört mich nicht Und nur noch Eisenplatten Das sind Eisenplatten Im Prinzip entwickelt sich hierzu unsere erste Fabrikfabrik Nur halt ohne Bots Ich könnte auch da hochgehen So So Und dann gehen hier die Lampen raus Erstmal in eine Kiste Aber wir werden das denn direkt mit unserer Fischfarm verbinden Geil, dann haben wir unsere ersten Lampen So Und jetzt würde ich nur noch gucken, ob unsere bestellten Degosaurus fertig sind Hätte ich ja Nachschub Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt hatte Petrischalen, was da Hä? Oh, sorry Ich habe die Petrischalen zwar abgeholt, aber hier nicht reingepackt Jetzt werden nochmal zwei neue Degosaurus Degosaurus Gefertigt werden hier in die Kiste gelegt Damit wir schneller Nexelit abbauen können Wobei Wir jetzt ohnehin schon nichts mehr abbauen, weil wir kein Fleisch mehr haben Ist es erforderlich? Das nächste Lied weg Die Platten selber Sind Auch alle verbraucht Hier haben wir 700 drin Wie hoch habe ich die gesteckt? Ich habe jetzt noch keine Lust, ein Fließband von dem Fleisch dahin zu legen Ich werde mich natürlich später mal drüber ärgern, wenn ich sagen, ja, weil ich wieder zu faulen Fließband zu legen Und deshalb stoppt jetzt seit 10 Stunden unsere nächste Liedproduktion Und deshalb stoppt auch alles andere und nichts geht mehr Warte mal, ich muss mal eben Jetzt habe ich 12 quasi da rausgenommen Jetzt habe ich 11 hier rausgenommen So ungefähr gleich verteilt ist So Den Degosaurus kann ich nicht sagen, hol dir mal irgendwo Futter Von so einer Karawadenstation Glaube ich Und das hier 23 Stacks Fleisch ergeben dann 11,5 Stacks Nexelit Erz Und jetzt muss ich mal gucken, wieviel Nexelit Erz brauchen wir für eine Platte Das ist nur, damit ich jammern kann, dass wir so viel Kram brauchen 6 Erz werden zu 2 Platten Das heißt von den Rechnen wir mal einfach Es werden 12 Stacks geteilt durch 3 werden es 4 Stacks Also knapp 4 Stacks Nexelit Platten bekommen wir Wenn ich das Fleisch hier reinpacke Das ist lächerlich Wir brauchen mehr Fleisch Wir brauchen mehr Fleisch Ähm Ne den nicht Ähm Machen wir auch mal Nummer 10 Mehr Fleisch Oder Work of Food Wobei ich das zweite besser fände Ach 4 Stück könnte ich sogar reinpacken Ich hab jetzt nur 3 Nachgecraft Also nur 2 nachgecraft Dass wir insgesamt dann 3 hätten Jo Prima Haben wir was geschafft Nächste Folge Machen wir Fische Können wir das tun Also genau hier muss ich nochmal einen Punkt Work of Food Das ist ein Aufwand Work of Food ist ein Aufwand Lampen haben wir jetzt Wir haben also schon den ersten Schritt in Richtung Gearboxen gemacht Ich organisiere mal das Zeug Und keine Sorge nicht in diesen Mengen Nein ganz gewiss nicht in diesen Mengen Ähm Wenn ich hier sehe das Verhältnis 5 zu 1 ungefähr Dann würde ich vielleicht 6 Stück bauen Also 1 von denen Und 5 von denen So erstmal So erstmal Oder 2 von denen und 10 von denen Oder so Weil ihr kennt mich Ich baue ja gerne ein bisschen größer als nötig Aber ich würde es nicht übertreiben Und genau die 0,2 Lampen Wäre wirklich wenn das hier Ach genau ich habe es so geplant Dass das ausgelassen ist Wir haben ein 3, Das ist im Prinzip ja eh das Zehnfache Als das was wir geplant haben Für hier Wir brauchen hier nur 0,3 Also ich könnte ein Zehntel davon nehmen Ähm Das wären hier aber 6,1 Und nicht 5 Und dann würde ich halt 2 zu 10 machen Ich versuche mal Fischfarm zu bauen Aber jetzt gucke ich vorher mal Kann ich das überhaupt Oder brauchen die Materialien Die heißen anders Ich gucke einfach mal hier unter Biologie Da Ne Das ist ein Fischfarm Hat er eben nicht angezeigt Pumpe Labor Kann ich glaube ich bauen Ja Unten wird mir angezeigt Das Einzige was mir fehlt Sind Glasplatten Wir brauchen dafür die Intermetallics Die wir haben Ja Werde ich mit der Hand craften Das Lordhouse können wir auch bauen Äh Phytoplankton Ähm 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 Kann ich auch so bauen Wunderbar Cool Ja Dann Dann bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Ja Dann bis zum nächsten Mal